hallo und herzlich willkommen ja bei meine kraft fertig so was auch wir haben jetzt eine kiste können sachen ablegen schon mal die brauchen wir noch das tun wir auch zur seite brot haben wir auch noch das magte liegen noch zur seite wo wir können gucken wenn wir da ein zum handeln finden das andere ist mal ab zuckerrohr die brauche ich auch mit dem bau ich ja gerade so ok sollte ich auch hier noch ein bisschen aufbauen ja hier ist die rückseite machen wir hier noch ein bisschen so so weiß ich auch schon mal ein bisschen ja das ist immer gut aus da schaut schon mal gut aus so genau dann was wir hier noch mal da geht nicht deswegen nicht weil die hier nicht sind das ja wird dann kann man das glas draus machen da kann ich jetzt kein hinsetzen ok da schaut ja schon ganz gut aus hier kann handeln mit uns oder handelt mit uns kartoffeln und zu handeln dass da noch mehr da nicht ich kann kartoffeln dann ok also wirklich kommen nicht voran will will ja wirklich die karte baue fisch glaube ich also ich wollte mal testen waren aus der holz machen kann man kann man nicht schade sein können ja nichts ausbauen tics da was ich bauen kann sachen die nachten brauche ich nicht mehr als alte nachrichten das weg ich hoffe es funktioniert alles soweit und da wollte ich auch haben muss man doch gut da habe ich jetzt total verlaufen man darf nicht wieder das kastrufe ich sehr gut dran nämlich verlaufen ganz schlechte orientierung habe ja hier ist sehr gefährlich weil ich kann mich ja miss runterfallen wenn man sich zwar an klappe dann kracht das hier runter das auch nur ich gehe da nicht runter das spiel will mich nur umbringen ein bisschen stein als normaler stein oder die dunkel aus damit stein hier ja da haben wir hier aber kein stein das gleiche losen faust ein stein abbauen ich glaube nicht ich brauche holz da auch hier probieren wir es mal aus da sieht schlecht aus glaube nicht dass es geht geht nicht ich muss ich muss hoch ich muss mir was bauen wo sind wir jetzt gekommen ist noch hier in tal drin ich weiß nicht wo ich bin da oben euch wieder und hier neu da wie kommen wir an ich brauche holz ganz normal holz im baum oder so wächst auch aus dem baum wenn ich das an wasser pflanze vielleicht glückst du aus dem baum werden kann ne das sind die wachsen nur hier am trockenen und somit kein baum draus und greifen knicken scheiße das ist echt schade hätten wir auf jeden fall auch noch mal stein habe ich die nase jetzt das ist auch nirgends anderem bisschen holz in der kiste hat das ist hier leben das ist schon mal gar nicht ganz schlecht und daraus kann ich immer noch kein kein werkzeug bauen so wird mit die nase also ja mal kaktien habe ich ja noch da können wir jetzt mal hier die ecke absichern das ist ein bisschen weg und das wird so ein bisschen weg hier wo ich denn auch machen müssen kann man sagen schon glas kurz sondern auch keine kohle kohle braucht dann wieder werkzeug wie eine spitzhacke hier ist ja nicht ein baum kein händler hat hier wohl reisen also kommt mal stark und man hat aber gucken wenn er handeln möchte mit mir mal hier ein krachen doch bewohner eingesperrt aber gefährlich heute wenig handeln das aber schade hoppla auch schade runtergefallen so immer hier runter und hier was abbauen aber noch nicht so coole so haben wir schon über kacktälen das sind hier kacktälen hatte ich nicht müsste ich kacktälen bis zum wasser da ok langweilige folgen also ich kann auch nur mäßig viel machen aber naja wir sehen uns in der nächsten folge bis dann